Hallo, mein Name ist Stefan. Ich begrüße euch herzlich bei der Premieren-Folge von Stefan und Kathi präsentieren Spaß mit Wappen. Begleitet uns in der nächsten Zeit durch die spannende Welt der Herr Reilig. Wow, wow, wow! Stopp mal, Stefan! Was ist Herr Reilig überhaupt? Herr Reilig ist die Wappenkunde. Oh, spannend! Hast du was gelernt? Oh ja! Hast du Spaß dabei? Und wie? Exzellent! Okay, aber ganz aufgesehen davon, danke Herr Stefan für diese wunderbare Einführung, aber erklär uns doch jetzt bitte mal allgemein, was sind Wappen überhaupt? Für was brauchen wir die? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020